Beziehung zwischen Sinus, Cosinus und Tangens. Leider kommen nochmal zwei Formeln dazu, aber die kann man ziemlich leicht nachzuvollziehen und außerdem stehen sie in der Formelsammlung, werde ich am Schluss zeigen, wo. Wir wissen doch, dass wir hier in einem rechtwinkligen Dreieck sind und abhängig von dem Winkel ist hier der Sinusalpha die Länge und hier der Cosinusalpha die Länge. Wenn wir ein rechtwinkliges Dreieck haben, dann können wir doch sowas wie ein Pythagoras aufstellen. Also die beiden Kathetenquadrate, Sinusalpha zum Quadrat und Cosinusalpha zum Quadrat, ergibt die Hypotenuse. Und die Hypotenuse, ja wir könnten sie jetzt 0p nennen, aber wir wissen ja auch, wenn es ein Einheitskreis ist, dass das hier quasi die Strecke 1 ist, denn es ist nichts anderes als der Radius. Also gilt tatsächlich der Sinus von Alpha zum Quadrat plus Cosinusalpha zum Quadrat gleich 1 zum Quadrat. So, und die Schreibweise, so lassen wir natürlich nicht stehen. In der Formelsammlung findet man nämlich immer die, man schreibt dann das Sinus Quadrat zum Alpha ein und sagt dann auch Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha, weil ja quasi das Alpha nicht quadriert wird. Und meistens vergessen nämlich dann irgendwelche Leute die Klammern und dann wird ein Sinus von Alpha Quadrat dazu. Also das Alpha wird nicht quadriert, sondern der komplette Sinus und damit da keine Missverständnisse auftauchen, hat man hinter das Sinus das Quadrat gesetzt. In den Taschenrechner könnt ihr das Sinus Quadrat Alpha nicht direkt eingeben. Da müsst ihr eben diese Schreibweise mit Sinus Alpha in Klammern zum Quadrat nehmen. Also wenn ihr dafür einen Wert ausrechnen möchtet, müsstet ihr quasi diesen Wert für Sinus Alpha da reinschreiben, also Sinus von irgendeinem Graphen oder von irgendeinem Winkel meine ich, und das in Klammern und das dann quadrieren. Diese Formel gilt, damit kann man auch Berechnungen anschauen, werdet ihr dann später mal merken. Erstmal kommt es auf die Agenda, die Formel kennen wir. Und dann kann man natürlich noch eine andere Formel herleiten und die ist auch relativ einfach, wenn wir uns nochmal suchen, was wir hier noch nicht haben, nämlich den Tangens. Der Tangens von Alpha von diesem Dreieck ist doch nichts anderes wie Gegenkathete durch Ankathete, also nichts anderes als Sinus Alpha durch Kosinus Alpha. Und tatsächlich können wir das dann eben auch so darstellen, dass wir den Tangens, den Sinus, den Kosinus alles in eine Formel bringen. Mal hieß es Y durch X, jetzt heißt es eben Sinus Alpha gleich Kosinus Alpha. Das gilt natürlich nicht für die Winkelmaße 90 Grad und 270 Grad, also die untere Formel, denn das sind ja die Winkelmaße, für die der Tangens nicht definiert ist. Jetzt können wir uns noch daran erinnern, wenn der Tangens hier oben ist, also der Punkt P hier oben ist, dann gibt es quasi keine Steigung dazu. Also das wäre eine unendliche Steigung, genauso das gleiche wie hier unten, also sind die zwei Winkelmaße nicht möglich. Vor der Sammlung findet man das Ganze auf Seite 68 und 70. Auf Seite 69 finde ich auch noch ein paar zusätzliche Sachen von Sinus, Kosinus und Tangens, nämlich das, was wir zum Beispiel über den Einheitskreis die letzten Stunden gehört haben.